Na, vielleicht sollte ich mir auch gerade einen ***en. Vielleicht geht das ja dann weg. Nein! Hm? Buh! Alles okay? Döner-Merch mit oder ohne Niveau. Hallöchen, meine lieben Freunde. Und ja, Anna wartet schon auf TRZ. Ich habe ja gesagt, ich muss meinen PC neu starten, was ich auch gemacht habe. Und ja, ich werde heute einen Prank an sie machen. Und zwar so vortäuschen, dass ich eine Aufnahme mache. Und dann sage ich so, ja, mir geht es so übelst schlecht und so. Und dann werde ich es so machen, als würde ich brechen. Also ich habe schon das eigentlich aufgenommen, wie ich die Kotze hier vorbereitet habe. Hier sind noch Pizza-Reste und der Pizza-Gattung von vor drei, vier Tagen noch drin. Und ja, deshalb habe ich so ein Wasser. Und dann werde ich das so ganz schnell reinkimmen. Aber das wird ein Problem, sehe ich gerade. Aber wenn ich es so mache, dann, wisst ihr Leute, dann kippt halt das ganze Zeug nicht da rein. Egal, ich habe dann noch eine Wasserflasche mit mir für ein bisschen Wasser im Mund. Und dann sind wir so, weil ich habe hier noch einen anderen Eimer. Genau, der. Hier ist auch noch irgendeine Brühe drin. Da werde ich das hier zwischen meinen Beinen halten, sodass es auch gut hört im TeamSpeak. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich im TeamSpeak. Und ja, diese Kappe hier gibt es jetzt im Merchstore zu kaufen. Und ja, die ist brandneu. Und unter den ersten Zehen werde ich, ähm, also die ersten Zehen, die mir ein Bild von der Kappe schenken, wie sie sie gekauft haben, werde ich diese Kappe hier verlosen. Und zwar ist es der Prototyp davon, der ist ein bisschen dünner. Aber im Grunde genommen, ähm, ja genau dieselbe Merchkappe, halt bloß in meiner Design. Und die verlose ich dann an die ersten 10 und einen 20 Euro Rang auf Aiohub. Und jetzt viel Spaß mit dem Prank. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal in, ähm, TeamSpeak. Oh, vielleicht auch noch Headset aufziehen. Oh nein, jetzt ist es wieder abgegangen, Mann. Ähm, Leute, bitte kauft mal Merch, dass ich mir so blutlos Kopfhörer holen kann. Okay, da oben ist sie. Channel switched. Anna. Äh, Alter. Okay, kommen Sie bitte auf Gummer. Alter, Anna, ich war gerade auf dem Klo, ne? Ich bin auf Gummer. Ich hatte ja so dünn Schiss. Oh, das ist der falsche Server. Too much information. Too much, äh, information. Ähm. Aber das ist dünn Schiss und dann? Ja, mir ging es nämlich auch übelst schlecht. Egal, jetzt geht es wieder. Ist es jetzt besser? Mhm. Also wie gesagt, wir spielen ein bisschen Jump Leach, Talk ein bisschen. Ich kann das nicht. Okay, 3, 2, 1. Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, mit dabei ist heute die liebe Anna. Hi. Und ja, wir spielen heute eine Runde Jump Leach. Ganz gechillt, ganz geil hier auf Gomme. Und, ähm, ja, Anna, wie war denn heute so dein Tag? Fuck. Sie war zu Hause. Sie war zu Hause. Was haben sie dann zu Hause gemacht? Waren sie krank? Ja. Also wenn das Video deine Lehrerin sieht, die wird sich dann denken, so, aha. So, und ja, Leute, wir sind uns dann gleich in der Runde. Ja, Leute, hier sind wir in der Runde. Und ja, ich mag auch Fächer, Anna. Stellt euch das mal vor. Oh, fuck. Ah. Ah, mein Bauch. Okay, es gibt ja. Und ja, Leute, was habt ihr heute so getrieben? Ich habe gedacht, ich bin einfach mal mit Anna eine gechillte Runde, weil ihr so viel mit ihr sehen wolltet. Und ja, Anna, wie warm ist es denn bei euch? Äh, äh, ich muss gucken, weiß nicht. Erst mal Snapchat aufmachen. Ja, oder einfach Google. Google hilft immer. Bei mir ist 28 Grad. Oh, bei mir auch, glaube ich mal. Ich glaube, die Hitze und das ganze Klima, das tut mir irgendwie nicht gut die letzten Tage. Und, ähm, ja, Leute, ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich für ein... Ah. Warte mal, jetzt ist halt assig schwindelig, ne? Okay. Ja, Leute, ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes Video so sehen wollt. Und, ähm, ja, würde mich mal interessieren. Na ja, Anna, soll ich dir mal was sagen? Was? Das ist mir jetzt aber... Also, ich schneide es raus, ne? Aber das ist mir schon ein bisschen peinlich. Hast du mir zu? Ja. Also, ich war ja heute in der Schule, ne? Und ich hatte... Anna. Ich... Oh, warte mal, ich spreche mir so schwindelig. Ich hatte... Den ganzen Tag... Einen harten. Aha. Und jetzt... Wo ich so deinen Minecraft-Skin gesehen habe, wird das irgendwie noch schlimmer. Und das geht irgendwie nicht weg. Okay. Also, ich hab heute Morgen... Hat mir so ein Kumpel was zu trinken gegeben. Vielleicht hat er da irgendwas Viagra oder so reingemisch. Das kann sein, ne? Aber... Ich weiß nicht. Ich hab momentan so... Kann das sein? So Erektionsstörungen. Okay. Also, ich weiß nicht. Es kann sein, dass es mir deswegen ein bisschen schlecht geht. Weil wenn da so viel Blut die ganze Zeit da drin ist, dann wird er mir schwindelig und... Ja, wegen... Ja... Kreislaufprobleme, so. Ja. Okay. Anna. Ja! Du... Machst du einfach mal schon. Oh, Mann. Oh. Okay, ich glaube, ich mach mal weiter das Video. Wir müssen irgendwie bei vier Minuten oder so kommen und dann... Ich muss jetzt unbedingt noch was aufnehmen, deswegen so. Ja, Leute. Die Resonanz auf das letzte Video war natürlich auch mega, mega stark. Und ja. Wie gesagt, ich werde sowas wahrscheinlich öfters machen, weil ich hab ja letztens... Ich weiß das gar nicht, ob das Video dann... Ach, egal. Auf jeden Fall. Genau, von dem letzten Prank. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Resonanz. Und, Alter, ich bin gerade so schlecht in Jam & Run, ne? Aber dann mal Cut. Ich bin letzter. Ja, ich bin so schlecht. Ich glaube, ich hol mir mal einen Eimer oder so. Falls ich kotzen muss. Einen Moment. Okay, ich bin hier wieder. Bist du noch da? Ja. Ich glaube, ich hätte mich mit dir aufgenommen sollen. Es wird immer schlimmer. Alles klar? Na, vielleicht sollte ich mir auch gerade einen w***en. Vielleicht geht das ja dann weg. Nein. What the f***? Also, ich würde dann natürlich aus dem PS-Haus gehen. Nein. Diese Vorstellung. Nein. Nein. Komm, Kino, komm, Kino, bitte. Joscha, ich bring dich um. Anna, das wird immer schlimmer. Joscha, bitte. Ich werde mir jetzt so sch... Nein, was? Mir ist so schwindelig. Ich glaube, ich muss mich hinlegen oder so. Oh, ich zitter die ganze Zeit schon aus, so, ne? Ich nehme mal den Eimer, lieber. Alles okay? Boah, wie gelhaft. Scheiße, ich nehme da noch auf. Joscha! Anna, ich gebe mir jetzt einfach... Nein, Alter. Tschüss. Nein! Nein! Ich weiß nicht, Alter. Mein ganzer Mund stinkt jetzt, Alter. Kennst du das? Und das war durch die Nase auch. Aber Joscha, das wollte ich nicht hören, nicht? Das wollte ich nicht hören! Ich könnte dir irgendwie mitkotzen, Alter. Aber jetzt geht es mir schon besser, Alter. Krankenschwester Anna hat es nochmal gerettet. Sie hat den Patienten einrot, aber... Okay, ah ja, ich back-tate dich noch ein bisschen. Das war echt so widerlich, Mann. Oh, du bist tot. Na, schau du. Ja, ich lebe noch. Anna. Ja? Das war doch ein schöner Prank, oder? Oh mein Gott, weißt du, wie ekelhaft das war? Ich habe so eine Fake-Kotze vorbereitet und die habe ich dann so in einen anderen Eimer geschüttet. Junge, das war so viel Vorbereitung. Ich habe da so ein Pizzastück und so ein Scheiß rein. Ja, Leute. Das Instagram von Makedonaren und von mir findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung genauso wie mein neuer Merch. Und Anna hasst mich jetzt wahrscheinlich für eh und je. Kriege ich da für eine Klatsche auf der Gamescom? Du bekommst drei. Ja, du hast mir auch letztens schon geklatscht, als wir uns gesehen haben. Naja. Leute, das wird dann per Videobeweis auf YouTube gestellt, wie es mir drei Klatschen gibt. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.